Heute geht es im Video um das Thema Gratis-Testen und das Intro zu diesem Video macht Pascal Wegner. Alles was du hier siehst, habe ich gratis bekommen und ich zeige dir wie. Sorry ihr Lieben, ich habe mal wieder für, ich glaube, 50 Euro gratis eingekauft. Ja, von Millionären kann man lernen und wenn du wissen willst, wie du hier Käse, Umsonst, Zahnpasta, WC-Ente oder dieses ganze Zeug, wo man jetzt nicht wirklich eine Riesenfreude hat, wenn man dafür Geld ausgibt, gratis bekommen kannst, dann bleib dran. Also was sind überhaupt diese Gratis-Testen-Aktionen? Das sind von Marketingabteilung der Unternehmen gesponnene Aktionen, um neue Produkte kostenlos an Kunden zu geben mit der Hoffnung, dass die Kunden angefixt werden, das Produkt gefällt und danach kauft man es immer wieder. Es gibt hier Gratis-Testen-Aktionen über Lebensmittel, Frischkäse, hier Chips, WC-Ente, noch andere Chips. Also es gibt Lebensmittel, es gibt Waschmittel, Zahnpasta und diese ganzen Dinge kann man gratis bekommen. Der Ablauf ist meistens immer gleich. Das Vorgehen ist meistens ähnlich. Ihr schaut euch die Aktion an, zum Beispiel hier die Zahnpasta, klickt auf das aktuelle Angebot, dann kommt ihr zu der Website, wo die Aktion nochmal beschrieben ist und da gilt es nur zu beachten, dass es noch Einlösungen gibt für diese Woche, die werden meistens aber auch wieder zurückgesetzt. Ihr klickt auf jetzt teilnehmen und dann ist der Ablauf meistens gleich. Ihr füllt eure Daten aus, gebt eine IBAN an. Da gleich noch einen Trick, falls ihr so ein Produkt mehrmals kaufen wolltet, gratis. Ihr braucht natürlich auch mehrere IBANs und ihr ladet ein Foto hoch vom Kaufbeleg. Manche muss auch das Produkt fotografieren. That's it. Also dauert zwei Minuten und dann dauert es meistens fünf bis sechs Wochen und ihr bekommt das Geld erstattet auf euer Girokonto. Macht das Ganze Sinn? Naja, die Frage ist immer, was macht ihr sonst in der Zeit? Also ich wollte lange nichts von wissen, habe es dann bei Pascal gesehen und er hat sein Kellerregal voll mit Gratis-Dingen, die dann doch ins Geld laufen, wie Waschmittel, Spülmittel und so weiter und es macht mir nie Freude, Geld dafür auszugeben. Wenn ich essen gehe, dann, oh schön, toller Service, Trinkgeld. Aber weiß ich nicht, WC-Ente kaufen, macht mir jetzt nicht Freude. Und wenn ich dieses Geld von meinem Netto einfach nicht ausgeben muss, habe ich mehr zum Investieren. Und die Frage ist auch wieder, ah ja, aber jetzt dann Foto machen und hochladen, musst du nicht. Aber ich kann nur für mich sprechen, irgendwie zehn Minuten weniger, irgendwas nicht Sinnvolles am Tag zu machen, wie eine Netflix-Serie weniger oder andere Sachen. Und wir haben die Zeit easy peasy und dann macht es sogar ein bisschen Spaß, weil man auch eine kleine Freude hat, wenn man hier diese Gratis-Dinge bekommt. Auch dürfen wir nicht vergessen, diese kleinen Beträge, die sich dann oft läppern. Und in der Woche für so normale Hygieneartikel und so weiter, weiß ich nicht, kann je nach Ausgabenverhalten viel Geld sein. Lass es mal zwei Wochen A20 Euro und zwei Wochen A30 Euro sein, sind 100 Euro im Monat. Und 100 Euro im Monat mehr von deinem Netto sind über einen längeren Zeitraum, 100 Euro, 30 Jahre, 7% Aktiensparplan, eben auch 120.000 Euro haben oder nicht haben. Auf das Niveau von Sparfuchs Pascal komme ich noch nicht, aber ich bin sehr happy mit diesen kleineren Gratis-Aktionen, die immer mal wieder reinlaufen. Jetzt noch ein kleiner Trick, falls du das Ganze eben auch mehrfach machen möchtest. Oftmals sind die Teilnahmebedingungen so, dass pro Haushalt zum Beispiel eine Teilnahme möglich ist. Jetzt ist es aber auch ganz legal möglich, dass zum Beispiel deine Oma, die über 90 ist, da selber nicht mehr mitmachen kann mit ihren Daten und das Rumhantieren. Darum bittet sie dich, mach doch du für mich mit. Und dann brauchst du natürlich ihre IBAN und ihre Handynummer vielleicht. Und es ist jetzt sehr leicht möglich, dass du so eben für deine Schwiegermutter und andere Personen, denen einfach hilfst und für die zum Beispiel auch bei diesen Gratis-Aktionen mitmachst. Wie kriegst du jetzt aber weitere IBANs? Wenn zum Beispiel die Oma auch sagt, ach, nee, mach doch du eine IBAN und dann berechnen wir das danach. Dann gibt es jetzt auch noch was Interessantes und zwar könnt ihr euch ein kostenloses Girokonto machen bei Check24. Und die nette Eigenschaft hier ist, ihr könnt euch Pockets, also Unterkonten erstellen. Und jedes Unterkonto hat eine neue IBAN. Bedeutet, ihr sagt hier, ich mache ein neues kostenloses Pocket, gebt dem noch Testaktion Oma einen Namen und dann wird hier ein neues Unterkonto erstellt mit einer eigenen IBAN. Und diese IBAN könnt ihr dann natürlich verwenden, um für andere Personen auch eine Gratis-Testen-Teilnahme zu machen. Das klappt dann schon für die meisten Aktionen. Manchmal braucht ihr auch unterschiedliche Handynummern. Und wenn auch da die Oma, die mit Faxgerät unterwegs ist, sagt, hey, Handy habe ich auch nicht, mach mir doch auch eine Handynummer hierfür, auf meinen Namen zum Beispiel, weil Videoiden will sie auch nicht machen, dann könnt ihr auch einen kostenlosen eSIM runterladen auf euer Handy. Also ich kann bei mir eine andere Handynummer einfach umswitchen in den Einstellungen als eSIM. Kann man sich kostenlos bei mehreren Anbietern hier bestellen, ist sofort verfügbar. Oder ihr habt einfach noch ein altes Handy, habt da eine andere Handynummer drin. Ja, das ist also mein Setting aktuell. Check24 kommt auch mit so einer kostenlosen Debit-Card, die auch manchmal ganz nett ist, aber Hauptvorteil eben diese IBANs. Link ist in der Beschreibung. So könnt ihr auch sehr einfach an diesen Gratis-Aktionen teilnehmen. Ich verlinke euch unten noch einen Blogartikel zum Thema Gratis-Testen. Da verlinke ich zum Beispiel auch ein Excel-Shirt. Da sind quasi immer tagesaktuell die Aktionen gelistet, die hier gerade verfügbar sind. Und wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Bei mir ist es natürlich alles Low-Level. Ich nehme es mit, ist ganz cool, ganz spaßig. Aber ja, auf dem Niveau von Pascal bin ich da noch lange nicht. Falls dich das noch mehr interessiert, er hat da noch ganz andere Tricks auf Lager. Dann an dieser Stelle noch die weitere Verlinkung unter dem Video. Ich habe ihn interviewt und auf TikTok geht er völlig viral mit diesen ganzen Tipps und Tricks, die er auch als Millionär immer noch weitermacht. Er hat auch einen Kurs. Da kriegt ihr hier, glaube ich, einen kleinen Rabatt-Code über meinen Affiliate-Link. Ich habe ihn selber durchgemacht, den Kurs, auch seinen nächsten Kurs. Also es ist sehr, sehr spannend. Er ist ein Fuchs. Und allein die Sichtweise zu sehen, wie er denkt, alles legal, aber trotzdem fuchsig, das könnt ihr euch mal anschauen. Blog-Artikel ebenfalls verlinkt. Kommentiert doch gerne mal, was du so an Tricks und Lifehacks hast für diese Punkte, dass man vielleicht nicht mehr Geld bezahlt für Dinge, die jetzt nicht so viel Freude machen. Würde mich freuen auf einen schönen Austausch. Und jetzt hier nochmal verlinkt das Interview von damals mit Pascal Wegner. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß.